Wo ist ja? Ja, wo ist ja? So, ich könnte mir jetzt eigentlich überlegen, ob ich tatsächlich eventuell möglicherweise Rüben kaufe. Einfach mal nur aus Langeweile. Wetter! Standard. Das ist der Tom, ja. Ein Kugelkantus. Das war für Theo, oder? Ja. Den habe ich ja gestern nicht gefunden. Jetzt ist es sehr früh. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendeiner schon wach ist. Ich glaube sie ja nicht. Oder noch wach, sagen wir mal so. Die Eulen sind ja so, dass sie dann entweder vor ihrem Haus pennen und sobald ich in die Nähe komme, werden sie wach und rennen dann schnell ins Haus und machen dicht. Dann gucke ich doof. Deswegen werde ich jetzt hier mal tunlichst mich ranschleichen und versuchen hier von Scheimleister. Ich hätte ihn jetzt versucht von seiner Tür wegzuschieben. Ja, super. Scheimleister da. Ich muss gucken, dass ich das heute irgendwie noch gebacken kriege. Mit seinem Geschenk. Geschenk. Beziehungsweise es ist ja kein Geschenk. Es ist ja ein... Es ist dann ein Brillenetrie. Damit ich das heute noch irgendwie loskriege. Morgen ist ja Gymnastik angesagt. Fußball-Outfit, okay. Au. Das ist so Dortmund, ne? Ja, das passt zum Regen, ne? Also, das passt definitiv zum Regen. Die geht auch heim. Oh, ne. Die geht nicht heim. Guten Morgen. Es mag zwar regnen, doch man darf seine gute Laune nicht darin ertrinken lassen. Es muss doch einen Grund geben, weswegen du hier bist. Butterli. Ich hab Langeweile. Es ist nicht toll, den ganzen Tag mit Angeln am Fluss zu verbringen. Oder vielleicht am Strand? Äh... So ist es nicht toll. Ham, ham. Sicherlich hast du schon tonnenweise Fisch gefangen, Claudi. Das stimmt, nicht wahr? Butterli. Sicher. Ach, ich hab versucht zerkastisch zu sein, aber ich bin gar nicht besonders gut darin. Tja, wenn du gelangweilt bist, genug bist, all diese Fische zu fangen, warum? Warum hilfst du dann nicht ein paar Leuten in Not, Butterli? Wahrscheinlich werden sie deine Hilfe zu schätzen wissen. Vielleicht wirst du sogar mit einem Geschenk belohnt, Butterli. Hm? Was hast du denn für ein Hemd angestellt? Habe ich dir geschickt? Ah, Post. Schön. Oh, ich freu mich so über dieses Nachtoutfit, das du mir per Post geschickt hast. Ich freu mich total. Ich trage es beim Sport schwingen. Ich glaube, das ist mein... ist atmungsaktives Material. Das ist jetzt mein neues Lieblingsoutfit, Claudi. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Ey, sag an, was kann ich für dich tun? Unterhalte mich. Du solltest nicht zu viele Bäume fällen, Claudi. Wenn du das übertreibst, wird Woodgard hässlich und niemand wird uns besuchen. Spiel also nicht allzu oft dein Holzfäller verstanden. Ich glaube, ich habe gar keine Achse mehr, oder? Ich pflanze nur noch Blüblis. Ich glaube, ich müsste ein paar mehr Bäume machen, weil der Wunschbrunnen ist ja immer noch nicht so richtig mit mir zufrieden. Also... Gut, ist das jetzt nicht so, dass mich das wahnsinnig juckt? Weil ich eh nicht weiß, wie ich es besser machen kann. Äh? Den Schuh hatte aber der Fisch da gefressen. Kann das sein? Dass ich sozusagen nur die Ingelreihen rausgezerrt habe. Ja. Wie kann das denn die Ingelreihen rausgehen? Dass ich mich ein bisschen verraten wollte. Ich bin der Schuh drin. Ich bin der Schuh drin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, nee. Einfach nee. Was witzig ist, in den neuen Spielen ist es ja tatsächlich so, dass die Arroganten nicht unbedingt keine Frühaufsteher sind. Also meine Michelle ist relativ früh eigentlich wach. Die, die am längsten pennt, das ist die große Schwester. Die steht ja schon 10 auf. Da höre ich schon wieder längst auf. Also da habe ich schon längst wieder aufgehört zu spielen um 10. Ich habe ja da nicht an der Uhr rumgedreht bei New Horizons. Selten, sagen wir mal so. Ich habe natürlich an der Uhr rumgedreht, wenn ich zum Beispiel sowas wie Weihnachten nachgefeiert habe, weil während Weihnachten hatte ich immer was anderes zu tun, als an der Wii, an der Wii U, am Gameboy und frag mich nicht dran zu hängen. Hattest du ja auch keinen... Oh, okay. Schock. Das ist immer noch die Götze, ne? Hast du ja auch keine Zeit für so ein Zeugs, ne? Es sei denn, du nimmst den Gameboy natürlich mit in die Kirche oder so. Das kannst du ja mal versuchen zu bringen. Sei gegrüßt. Ich bin Monique und ich weiß nicht, wieso ich in so einer gottverlassenen Gegenzelte. Meine Freunde meinten, Selten wäre prima. Da dachte ich, das probierst du mal. Ist sicher nett am Wochenende. Aber es ist gar nicht nett. Und macht keinen Spaß. Ich werde mir mal meine Freunde vorknüpfen. Schön. Vollding bei dem Sauwetter, ne? Ist das Gestänge aus Eisen? Wenn der Blitze einschlägt, weiß das. Ah, wo da. Nee, der geht zurück in sein Haus. Er hat gerade geflüchtet. Aber er... Oh, da ist der Robby. Und du? Moin, Claudi. Ich fühl mich heute Morgen so gut, da hab ich ganz zufällig meine Bruder aufgerollt. Das sieht genau so aus wie vorher. Gut, was gibt's? Was ist denn los? Psst, Claudi. Ich möchte dich in ein kleines Geheimnis einweinen. Willst du es wissen? Äh. Äh. Wo ist meine Antwort? Weil, jub mich nicht, steht da nicht. Okay, das mit dem, du meinst, Geld, hab ich noch nie probiert. Boah. Wer hat dir das gesagt, Claudi? Das ist es nämlich. Wenn du jemals eine leuchtende Stelle am Boden siehst, dann grabe ein Loch. Unvergrabe... Einige Sterne ist dort. Äh. Ich bin nicht sicher, was als nächstes geschieht. Oh, okay, Baby. Ich hab es vergessen, aber... Du bestimmt nicht, Claudi. Psst. Sag mal, der Baum, den ich hierhin geplagt hab, das war eigentlich so einer, äh, oder? Ach nee, Quatsch, das ist ein goldener Baum. Ich dachte, das wär so'n, so'n, so'n Geldbaum gewesen. Hey, was geht? Moin, moin. Du stehst gerne früh auf, nicht wahr? Park. Es kümmert mich nicht im Geringsten, dass es in Strömen regnet, Park. Sag mal, Claudi, was gibt's Neues, Park? Was los? Oh, es regnet. Vielleicht bleibe ich zu Hause, lege mich ins Bett und lese ein Buch. War ein Scherz. Das ist nicht meine Art Quark. Das weißt du doch, oder? Wie unterschiedlich das klingt. Je nachdem. Ja. Jo. Ne? Bolle. Bolle wieder. Ja. Ich war nicht schnell genug. Wollt ihn noch von der Tür wegschieben. Jetzt macht das... Ah ja, Bubaya, ne? Jawohl. Nääääh. Ja, Nele ist wach. Oh, es ist Claudi. Guten Morgen, Locke. Heute regnest du wie verrückt. Also bleibe ich vielleicht einfach bis zum Mittag im Bett. Man sieht's. Wenn ich mir das nochmal überlege, ne. Mach ich vielleicht doch nicht. Ey, wolltest du was locken? Es geht so. Hast du deinen Kredit... Sammo, was geht denn euch das an? Keine Zeit. Was? Keine Zeit? Hast du es gerade gesagt? Nur weil du mit Tom Glück nicht verhandeln kannst, heißt das noch nicht, dass du nichts zurückzahlen brauchst. Aber ja. Wir müssen mal was kapierst. Oh, wie stinkig ist sie. So, Larissa... Ah, lalalalalala... Larissa. Guten Morgen. Es mag zwar regnen, doch man darf seine gute Laune nicht ertrinnen ertrinken lassen. Was kann ich für dich tun? Wie sie labern. Okay. Also, wähl entweder die linke oder die rechte. Wenn du die rechte, ich meine die richtige wählst, bekommst du einen Preis. Letztens habe ich die rechte gewählt. Da hat sie mich ausgelacht. Dann habe ich die linke gewählt. Hat sie mich ausgelacht. Ich hätte gern, dass du beide Hände zeigst, weil ich bin mir sicher, da ist nichts drin. Die rechte, ja? Ja, dann wollen wir mal sehen. Wahnsinn. Du hast den Jackpot erwischt. Heute ist dein Glückstag. Hier ist deine Wandverkleidung. Viel Spaß damit. Du warst nur zu faul, das vorne an die Deponie zu tragen, weil der nicht so weit weg ist von dir. Siehste. Hier ist dein Haus und Deponie ist ganz da oben. Oh, ich seh grad, mein Monitor ist ein bisschen verschlonzt. Als hätte ich Kakaopulver drüber gekippt, oder was? Was ist das? Jetzt haben wir die restlichen Fossilflecken. Zwei Stück hab ich gefunden. Da ließ nicht viel. Das ist überaus wenig sogar. Das ist geradezu sparsam. Ach, ist das ein schönes Geräusch. Das ist eine schöne Geräuschkulisse, ne? Man kann Gebitter bestimmt auch schlechter synchronisieren, würde ich sagen. Hab ich auch gesagt, am Ende. Soundtechnisch unter Malen, wie sagt man da dazu? Wie würde man das bitte schön auf Deutsch sagen? Lautmalerisch. Ja. Monomato-Poesie, ne? Ach ja. Oh, ich hab mit Katja noch nicht gesprochen. Gut, ich hab mit mehreren noch nicht gesprochen, aber ich hab mit mehreren noch nicht gesprochen. Aber ich hab, ne? Hey, gut, die wird pennen. Das ist ja eine von den verkopften. Ich weiß gar nicht, war ich schon in seinem Haus drin? Ups, ne, da war ich schon nicht. Das hätte ich, das wäre mir aufgefallen. Passt du. Okay. Ey, da kriegst du aber Ärger mit der Ash, wenn du da hinten die Gitarre nicht anzupfen kannst, ne? Sag's dir gleich. Die schreiben dir bitterböse Prüfe. Klingt anders. Das Helle klingt auch heller, witzig. Moin, moin, Claudi. Es bringt mich wirklich zum Schmunzeln, dass du die erste Person bist, die mit der ich morgens spreche. Kein Scherz. Gut, was gibt's gut? Sprich mit dir. Claudi, wenn du eine besondere Tapete möchtest, solltest du zu Vinci's... Solltest du Vinci's um. Vinci ist dieser hervorragend hungernde Tapetenkünstler. Es ist nur leider schwer zu finden, weil er immer unterwegs ist. Wenn du ihn siehst, solltest du ihm etwas zu essen geben. Er benötigt kein Geld, aber er wird dir eine Tapete geben, wenn du ihm etwas zu essen gibst. Merci. Seine Stimme könnte ich vielleicht auch ein bisschen versuchen, so zu verzerren. Okay, nach vier Minuten. Na, dann gehe ich gerade noch die Briefe abschmeißen. Abschicken. Lossenden. Whatever. Ach, nee, warte mal. Ich glaube, Nuk hat schon auf, oder? Der macht um acht auf. Nee, der macht um neun auf. Ich hab dich nicht verheuer. Tag bin, dass jeder ANDER Party geht. Okay, na. Und dann wieder. Someone einen Schicksal. Meist, wenn ihr denkt. Ich habe ein Schicksal. Ich habe meinen Schicksal. die könnte ich denn eigentlich wieder mal klamotten schicken bolle und noch einem der so ein bisschen knatschig drauf ist die dale ne mike ist auch ein bisschen murfelig drauf ne ich meine ich hätte mike schon bei der letzten fuhr eins geschickt Oh mein Gott. Wolle ich noch reinschreibseln. Ich hoffe, dass wir noch bis 10 Uhr sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Warte mal. Ist doch Santa, oder? Ich hatte doch den richtigen Datum eingetragen. Ich habe doch gar nicht die Riemen von uns getroffen, das fällt mir jetzt gerade auf. Ja. Die ist doch ab 6 Uhr unterwegs. Wie sind die? Was ist das? Hatte ich mal in Erwägung gezogen, tatsächlich ein bisschen mein Geld um zu spekulieren? Und dann kommt keiner und will nix. Kommt keiner und will nix. Äh, ja. Ah, so. Dann gehe ich mal schauen, ob dann vielleicht der Theo doch noch... Na gut, Ed kommt raus. Er ist ja ein Frosch, ne? Dem macht ja Wasser nix aus. Was mit dir penst du? Nein, die ist tatsächlich wach. Ah, dann habe ich die Hoffnung, dass auch die Krummeligen tatsächlich wach sind. Oh ja, Claudi. Ich vermute, dein Vormittagweib ist jetzt okay. Genug Schmerz. Brauchst du irgendwas von mir? Wann los? Hast du eigentlich immer genau das selbe Outfit an? Äh, nee. Ich gehe mal davon aus, du bist farbenblind. Was machst du denn dann, wenn du deine Sachen mal waschen musst? Ich hoffe ja auf der Deponie was Neues. Bleibst du dann den ganzen Tag zu Hause oder gehst du nackt vor die Tür? Jemand mit Fell sollte bitte nicht, äh, ne, also mir erklären, was ich zu tun habe. Nun, du hast Glück, ich bin bereit, dir auszulfen. Was? Ich habe die große Güte, dir meine abgetragenen Outfits zu verkaufen. Verkaufen? Ich nenne dir fünf Outfits und sage dir, wie teuer sie sind. Dann kannst du Bescheid sagen, wenn dir eins gefällt. Wenn du eins bis zum Ende nicht sagst, musst du das fünfte Outfit kaufen. Ob es dir nun gefällt oder nicht. Brrr. Also, fangen wir gleich an. Hier ist Maas Erste. Ein Musteroutfit für zweiter... Boah. Ola. Du wirst nicht... Hm, gut, das ist das zweite. Ein Sittichkilt. Ein Sitt... Das will ich. Krampf. Du gibst schon auf. Na dann bitte sehr. Ein Sittichkilt. Du hättest ja wirklich ein bisschen länger aushalten können. Nö. Ach, mir doch egal. Probier's doch mal an. Eine Katze, die ein Sittichkilt hat. Also, ich weiß nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Okay, warum hatte ich jetzt irgendwie grell, grün, gelb erwartet? Weil... Jo. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht, ne? Schön. Passt zu meinen Augen. Ach so, ich bräuchte ja mal wieder Briefpapier. Spitzspapier. So. Wer war der zweite Kopf? Kromolegeteo. Wenn ich morgen früh aufstehen muss, um den Morgenagnostik mitzumachen, dann ist es ja so, dass ich nichts verkaufen kann. Ich spiele ja nicht zweimal am Tag, da habe ich ja... also... Ich könnte mir vielleicht die Zeit nehmen, ich habe wohl nicht die Lust dazu, mir die Zeit zu nehmen. So, gehen wir mal zu Dale. Na, Post weg. Nein. Nein. Shit. Wer kommt aus dem Haus? Wer war noch? Ah, Lana. Lana war auch noch. Kanatschisch. Die sind alle sehr konsequent hier. Schade. Das heißt, ich kriege das Brill-It wie ewig nicht weg. Und dann wird sich Theo auch nur dezent leicht aufregen. Wahrscheinlich, demnächst. Da sind schon Leute weggezogen für weniger. Oh ja, Claudi. Ich vermute, dein Vormittag wird es jetzt okay, Bebe. Komm, wir hatten gleich was zu sagen. Das kann ich für dich tun, Bebe. Blau dann. Ich kann es zwar gut verbergen, aber ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit sehr einsam bin. Es kommt kein Besuch mehr aus anderen Städten. Tag ein, Tag aus, sehe ich immer nur die selben Gesichter. Und Carl kann manchmal wirklich langweilig sein. In anderen Städten geht es bestimmt die Post ab. Den Tag immer dasselbe. Also hält auch das geduldigste Tier nicht aus. Ich will einfach nur noch weg. Aber solange du dich nicht in den Zug setzt, kann ich hier nicht weg. Das ist doch nicht gerecht. Wie böde. Okay, Rarossi, die Dinger, die gehen mir so ein bisschen auf, also die vibrieren auf einer ganz komischen Frequenz. So. Soll ich noch Roller ansprechen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Kann ich Theo nicht das Dampfer im Brief schicken oder vor die Tür schmeißen oder so? Minnow. Claudi, du Göre. Es ist seltsam, aber ich freue mich auf deinen Brief. E. Gestern habe ich Bananensplits gemacht. Zart. Das war's für heute. Herzlichst, dein Mike. Die springen so von Gedanke zu Gedanke, dass es selbst für mich ist das nicht, nicht wirklich nachvollziehbar. Und ich spring auch von, ne? Aber ich bin mehr so ein übergewichtigtes kleines Kind, das mit so beiden Gummistiefeln von einer Pfütze in die andere so rein stampft. Der springt tatsächlich wie ein Vögelchen von Blättchen zu Blättchen. So springt der mit seinen Gedanken. Hallo Claudi. Hey Claudi. Hat mich gefreut, von dir zu hören. Wie findest du eigentlich den Namen Adrian? Ist er zu prächtig? Mach's gut, Claudi. Gruß, Adrian. Ja, er ist eigentlich ein prächtiger Name, ne? Prächtig passt eigentlich ganz gut. Adrian. Tja, es klingt sehr edel. Adelig. Lala. Adlerisch. Autsch. Claudi, du Stinker. Ich bin schrecklich müde. Und trotzdem schreibe ich dir. Du bist immer so nett zu mir. Darum habe ich dir etwas für dich. Nimm ruhig. Mach's gut, Claudi. Hobby. Hat du mir da? Am Punta Rosta Bonsai. Punta Punta Rossa Ranch. Das ist der Prinz. Der Prinze hat mir auch was geschenkt. Was haben wir da? Ein Schachbrett. Habe ich, glaube ich, schon, ne? Das Rote. Claudi. Also, Claudi. Was ist in letzter Zeit mit dir los? Beim Fundbüro gibt es immer was umsonst. Das Ding hier habe ich dir mitgebracht. Ich schreibe bald wieder. Schnarsch. Prinz. Äh. Äh. Also, die halten mein Hirn schon ein bisschen auf Trab, ne? Also, das Hirn versucht irgendwie Logik herauszufiltern, ne? Aber es funzt nicht. Das ist schon... Oh. Guck mal, der hat sich nicht rasiert. Der hat vorne den... Die Nase hat er total dunkel. Oder hat zu tief in seine Kaffeetasse geguckt heute? Der hat sich nicht rasch. Hmm.